Jo, und da sind wir wieder, hier beim schönen Baumhaus. Und wir müssen mal gucken, dass wir das hier weiterbauen. Und zwar... Wollte ich eine Plattform... Kann ich jetzt keine Plattform mehr nehmen, oder was? Jetzt kann ich. Hä? Wieso kann ich jetzt keine Plattform mehr nehmen? Was soll das denn jetzt? Eine Plattform, bitte. Das ist doch nicht wahr, oder? So, dann lade ich mir den ganz kurz. Also ich speichere mir den ganz kurz. Vielleicht geht das dann. Speichern? Speichern. So. Und jetzt geht das hoffentlich. Ja, es geht! So, 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 so. Ne, ich dachte gerade, die Bäume wären nach dem Speichern regeneriert, aber... Sind sie doch und doch nicht. So, dann baue ich das hier nicht da drauf. So, dann mache ich mal eben so. Weil so soll es ja... Warte mal, wir testen das dann ganz kurz, bevor wir ja wieder ganz viel bauen. Ja, das passt. So will ich es haben. So. Mal sehen, dann brauchen wir so einmal und dann geht es in die andere Richtung, die Treppe und dann noch einmal so. So, naja, das Bausystem ist halt bei The Forest noch ein bisschen, ne? Wie man weiß, ne? So. Dann baue ich das mal hier hin. Ich glaube, dann geht das ein bisschen besser. Jo, das müsste gehen. Dann mache ich da was drauf. Dann mache ich da was drauf. Das kennen wir ja schon. Ne? 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 So. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da gleich eine Treppe hoch aufkriegen. Ich hoffe, wir können dann auch auf die Treppe gehen. Und unser kleines Baum muss benutzen. Muss ich nochmal gucken, dass ich da irgendwie eine Plattform auf den Baum kriege. Aber das wird nicht das Allerschwerste sein. Äh, uh, hier wäre ich hier gerade fast runtergefallen. So. Yay, das ist geil. Guck mal, dann kann man hier so... Ja, wir können es ja mal versuchen. So, jetzt kommen wir hoch. Das geht auch. Wunderbar geht das sogar. Ich muss nochmal eine Lurchhaut reinziehen und... Einmal gucken. Und dann müssen... Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Plattform, obwohl vielleicht, ähm... Lass ich den hier unten mal stehen. Die da oben lasse ich nochmal. Dann lasse ich die hier unten mal stehen. Guck nochmal, so war die, ja? Ne, ich will die jetzt hier. So. Jo. So ungefähr. Dann mache ich die mal eben ganz gut so weg. Und... Die können wir nicht wegmachen. Toll. So, und dann... Nicht darauf, nicht darauf. Hier drauf. Kann ich das irgendwie... Ja, so. Alter, das ist... Ja. Egal. Nein, eigentlich ist es überhaupt nicht egal, aber mir ist es jetzt egal. Ich drücke E. Und gleichzeitig baue ich was an. Und setze es auch hin. Warum macht man das hier auf zwei verschiedene Knöpfe? So, dass... Keine Ausdauer. Noch jemand? Ne, das ging ja schnell. So. Schnell die Axt in den Arschrauben. Und mal sehen. Wir müssen auch mal ein paar Federn sammeln, damit wir auch eigentlich mal einen Bogen und so haben. Aber ich gehe vorher mal ganz gut schlafen, weil ich habe keinen Bock. Im Dunkeln ist es immer ein bisschen doof. Obwohl, vorher könnten wir ganz kurz was essen. Jo, wir können es aber schon essen. Kann ich essen? So. Dann isst er sich da erstmal die Wanne voll und... Wir gehen natürlich schlafen. So ohne Dach oder irgendeine andere Wand, aber das ist... Egal. Das ist... Unwichtig. Wozu auch ein Dach oder eine Wand? Das braucht doch kein Mensch, also. So. Da oben sind wir. Und ich gehe gerade nochmal nach oben. Und zu sehen, ob das denn auch so klappt... Ich weiß, es wird jetzt noch nicht auf der Mitte des Baumes sein, aber das soll es auch noch gar nicht. Es soll eigentlich nur eine kleine Plattform werden. Das soll ja ein bisschen größer sein, ne? So. So, jetzt sind wir hier hingekommen. Oh, jetzt stehen da hinten schon wieder so viele. Vielleicht seht ihr die. Wenn ihr ein bisschen länger dahin guckt. Durch das Loch meiner Axt. Ja. Das ist wie so ein Fernohr. Alter, es regnet gerade übertrieben hart. Ich hoffe, man hört das nicht zu doll. Oder ich hoffe, man hört das überhaupt nicht. Das wäre ein bisschen schade. So. Und dann haben wir hier schon was. Und ich will auch gar nicht, dass man vielleicht die Plattform gar nicht so doll sieht. Damit man denkt, man kann auf den Baum laufen. Was man ja nicht kann. Uh. Boah, ich würde mir gerne mal so ein Fernrohr bauen. Kann man das eigentlich? Das wäre cool. Da ist der Erste. In mein Loch der Axt gucken. Der Zweite. Der Dritte. Oh, das ist sogar ein Fireman. Und die Vierte, glaube ich. Wo wollen die denn hin? Ne? Also. Das ist aber jetzt ein bisschen, ne? Also. Wir wollen hier jetzt auch nicht was anderes spielen als The Forest. Äh. Und. Was ist das? Das ist eine top Gelegenheit, um einen Molotow zu bauen. Woohoo. Was für eine Überleitung. Bam. Bam, 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 bam. Zu tief. So. Bam. Ich hätte fast das Re getroffen. Nur deswegen habe ich das gemacht. So. Wir wollen sie mal. Oh, ich könnte jetzt was machen. Warte mal. Wie ging das? Ah, warte mal. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ging. Ein Stein? Nicht. Nicht? Äh. Nicht. Batterien? Ne, scheiße, jetzt habe ich Batterien ausgerüstet. Ach, toll. Wir haben noch gar keine. Ach, wir haben noch gar keine davon. Okay. Wir haben noch gar keine von diesen anderen, äh, Dingern. Ich weiß nicht. Ich habe gerade den Namen vergessen, wie die heißen. Die in den Dörfern immer sind. Diese. Die in den Dörfern. Die in den Dörfern. Ja, schon tot. Das geht zu einfach. Das ist einfach keine Herausforderung mehr für mich. So, und die Einwohner haben überlebt. Das ist gut. Jetzt können wir ja schon weiterbauen. Ich hoffe echt, wir kriegen das jetzt fertig. Wir waren noch nirgendwo in irgendeinem... Wir waren noch nirgendwo. Oder? Waren wir schon irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Ne, ich glaube, wir waren noch nirgendwo anders als bei uns und in der Höhle. Also, ich will mal gerne ein eingeborenes Dorf besuchen. Nicht? Und, äh... Das gehört ja auch bei sofort auf jeden Fall dazu. Dass man das ja auch mal gemacht haben muss. Ja, gut. Ich baue das Richtige. So, und dann... Ach, hier können wir gleich nochmal vier... vier Sticks ranbauen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen immer hochlaufen. Das ist auch ein bisschen doof. Obwohl, vielleicht können wir das auch von unten machen. Aber da habe ich immer ein bisschen Angst, dass wir irgendwas anderes anbauen, weil wir sehr viele... Alter, was geht mit den Kannibalen? Ich nehme eine Rusty Axt. Ist die schnell? Ne, die sind auch... Die ist auch so langsam, ey. Die ist auch so langsam. Das ist doch komisch, oder? Warum ist denn diese Fire-Axt so langsam? Früher, als das Forest rausgekommen ist, wollte jeder diese Fire-Axt haben. Ja, Alter, die ist die Beste und so. Und dann kommt bei so einem Patch, ist der erstmal übertrieben langsam. Verstehe ich nicht ganz, aber... Naja, wird schon irgendwas... Irgendeine Logik hinter sein. Und mal sehen, vielleicht können wir das auch schon von hier oben ranbauen. Ja, das können wir bestimmt. Jo. Das klappt doch hervorragend. Hier, ist schon wieder irgendjemand. Hä? Alter, diese ganzen Kannibalen. Das ist auch schon wieder ein Kannibale. Pfff, die sind einfach voll schlecht. Also, die mach ich ja locker platt. Jetzt mach ich die mal mit der Rusty-Axt. Mach ich die mal tot. Da kriegen wir gleich noch ein paar Zähne. Ist auch toll, diese Zähne. Toll, toll, toll. Echt, ganz ehrlich, diese Zähne. Ich weiß noch, weil sich die Waffe verbessert hat, ne? Die war so lahm, einfach nur dann. Und was hat es verbessert? Gar nichts, irgendwie. Aber okay. Allein, auch was mit dem Covered im Blatt. Am Anfang war ich immer so, oh mein Gott. Ich bin mit Blut gecovert. Ich muss jetzt sofort irgendwo hin ins Wasser und nicht abwaschen. So langsam passiert ja eh nichts. Denke ich mir nur immer so... Und wer ist jetzt hier? Ist hier schon wieder einer. Hä? Was geht hier gerade ab? Ich glaube, das Spiel will mich schon wieder mobben. Was ist denn jetzt? Ist mir jetzt auch egal. So, so, so. Jetzt gehe ich kurz hier nach oben, weil ich... Das muss. Das muss ich machen. So. Dann habe ich hier noch irgendwas drangebaut. Und um mal ganz kurz zu gucken, kann ich... Hier drauf. Jo. Das geht alles. Perfekt ist das. Das ist doch... Wow. So. Ja. Da, da, da. So, so, so. Treppe wieder runter. Ich glaube, wir können gleich nochmal ein paar Bäume fällen. Scheiß Headset-Kabel, ey. Man merkt, es ist immer noch eine Aufnahme-Session, weil ich... Immer noch eine Aufnahme-Session, weil... Immer noch mit meinem Headset-Kabel kämpfen habe. So, und... Ich will den Läusch. Was ist der? Das ist ein schlauer Läusch. Ich bin nicht so schlau. Alter. Läusch, du wirst leider schon... Wo ist der denn jetzt? Alter, diese Kackwanze, ey. Hä? Ich bin... Da ist er! Yay! So, jetzt ist er tot. Okay. Ich finde bei... Ich finde, das Grün sticht bei The Forest noch nicht so richtig heraus. Ich finde, das sollte knalliger sein. Warte mal eben. Das muss ich ganz kurz machen. Mir ist das eben aufgefallen. Ich finde, das sollte knalliger sein. Nee. Achso, Color Graphic. So. Epic. Das ist mal Epic, ey. Das ist... Das ist Epic. Obwohl, guck mal hier. Wenn ich... Wenn ich jetzt hier so... Das ist doch schon voll grün und freundlich und... Vielleicht etwas zu grün und freundlich. Yeah. Yeah. Das ist zu grün und freundlich. Epic ist also zu grün und freundlich. A geht. Erzähl ich von I geht. Ähm. Okay. Das ist auch nicht so schön. Äh. Nee, dann mach ich das auch nicht mehr nicht. Äh. Da. Ich hab grad nicht... Ich wusste grad nicht, was ich jetzt hier so machen soll. Dann lassen wir es einfach auf. M131. Das ist die Waffe. Die neue Waffe. Genau. Ähm. Bei Battlefield. Nee, äh. Okay, gut. Wir lassen es. Nein. Wann haben wir das letzte Mal geladen? Oh, Mann. Ich glaube... Ich bin so dumm. Äh. Scheiße. Und den Filtern sind wir immer noch drin. Das ist doch kacke. Alles nur wegen diesem Filter. Wahrscheinlich werden wir diese Folge noch nicht fertig. Alter, was für ein Fail, oder? Boah, scheiße. Naja, die Bäume sind wieder respawned. Toll. Also... Ähm. Alter, das ist doch so kacke. Da kommt man auf zu sehen auf Loach. Das tut mir echt leid. Alter, ich... Alter, ich... Alter, das mit diesem Clip-System, ne? Ey, das regt mich jetzt... Das regt mich gerade so auf, ne? Ey, das ist so scheiße. So. Ich mach das jetzt direkt so. Ah, jetzt kann ich diese scheiß Plattform schon wieder nicht, ey. Alter, das ist doch kacke. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Kennt ihr das, wenn irgendwas scheiße ist? Oder habt ihr einfach keinen Bock mehr, das zu spielen, weil es einfach nur kackspiel ist? Mit einem Stuhl die ganze Zeit nur quietschen und ich irgendwie kackblume aufs Sammeln, weil ich... Bock hab. So. So, ich baue das jetzt hier nochmal hin. Dann baue ich hier gleich auch nochmal was drauf. Da auch nochmal. Äh, hallo? Hab ich das gerade nicht gemacht? So. Dann gehen wir nochmal nach oben und dann sind wir ja schon fast da, wo wir aufgehört haben. Ganz fast. Toll, ey. Ist der in Ernst? Alter, dann drückt man aus Versehen auf Load. Irgendwann kannst du nicht mehr mehr abbrechen oder so. Da steht dann noch nicht mal... Ja, äh, wollen sie wirklich laden oder nicht? Ich hab da natürlich gedrückt, ich will nicht laden. Alter, das ist doch... Doof, jetzt haben wir geladen und es ist die Treppe weg. Die war so schön. Treppe, hinbauen. Boah, dieses Clips. Ey, das ist doch... Kann ich auf den Stein springen? Ja, toll. Wenigstens das kann man bei The Forest. Alles andere kann man natürlich nicht... Ich hab grad ein Held. Ach, The Forest, tut mir leid. Ähm. So, so. Das ist noch ne Alpha, ich weiß. Man regt sich halt manchmal über Spiele auf. Das ist denn halt so. Wieso hat er das jetzt wieder gelöscht? Ach, das mag ich jetzt einfach noch nicht. So. Wo ich hier noch was hin? Die Folge könnte ein bisschen Überlänge bekommen. Wir werden immer noch nicht fertig. Das ist mir jetzt aber auch scheißegal grad. Und ich krieg grad die... Was ist... Alter, hier ist alles so voll grad. Äh, ich glaub so könnte es angehen. Boah, dieses Clips ist... Alter, hier ist einfach nur alles voller Blueprints grade. Da hinten hätt ich das gerne hin. Alter, ey. Ich muss grad aufpassen, dass ich die Maus nicht wegschmeiße, ne? Ha. Toll. Okay. Ey, man kann nicht über diese Wurzel gehen, ne? Der kann da nicht rüber gehen. Aber der kann durch den kompletten Baum, oder was? Das ist doch... Jetzt kann ich diese scheiße Plattform schon wieder benutzen, ey. Das ist doch... Aaaaaaah. Alter, ich bin so fuckhard im Rage-Mode, ne? Aber ich würd's dir grad nicht rauslassen, ne? Weil sonst muss ich hier... Abkacken wie sonst was, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt hab ich schon wieder gespeichert. Aaaaaaah. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. Das war mein Knie. Oh, das... Bin jetzt sauer. Sauer auf the forest. Ohne Grund. So. Nee, nicht da oben. Ich seh das gerne hier. Hier drauf. Da. Dann einfach nicht. Dann lass ich das mit... Nö, dann mach ich das halt nicht. Dann... Ist okay. Dann mob mich weiter, du scheiß Spiel, du. Jetzt kann ich die Treppe auf einmal hochgehen. Ja, geil. Okay. Ist das da? Kommt hier jetzt die Treppe hin? Das war eigentlich nicht so geplant. Eigentlich... Wahrscheinlich hat sie wieder irgendwas weggemacht. Nur dass ich das wollte. Dieser scheiß Schatten, ey. Der ist voll kacke animiert. Die ganze kacke. Kacke. Okay, gut. Ich hörts auf. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache. Aber ich hab ne Idee. Einer meiner genialsten Ideen, die ich jemals hatte. Ich drücke wieder auf Laden. Nein, mach ich nicht. Ähm. Daher nicht runterfallen. So, 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 so. Ich versteh jetzt aber gerade nicht, warum wir hier nicht gebaut haben. So, so sind wir wieder... Wir sind richtig, ne? Mal sehen. Ist das ungefähr... Ja, das passt sogar. Wow. Toll. Eigentlich mal was hinbekommen bei The Forest. Und das noch mit dem Clip-System. Das ist auch ein Wunderwerk. So, dann das hier nochmal. Das hier nochmal, genau. Auch schön, dass das auch mal geht hier. Ja, dann bauen wir das direkt mal hier rein. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und dann... Muss ich die Folge auch langsam, glaube ich, mal beenden. Ich weiß es gar nicht. Oh, fuck. Ich glaube, ich muss die Folge langsam mal beenden. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wiederhole ich mich gerade? Ich weiß es gar nicht. Ähm. Ich glaube, ich muss die Folge gleich beenden. Aber ich will nicht. Haben wir zwischendurch schon mal... ... die Folge beenden? Ich hab voll den Überblick verloren gerade. Es ist sehr professionell, was ich gerade mache. Tja. Tja. Nein. Das war falsch, glaube ich. Das war falsch, glaube ich. So. Ach so, da muss noch einer hin. Okay. Wusste ich gerade nicht. Dann so. Äh. 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 So. 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 Das können wir wegmachen. Haben wir hier eine Treppe. Und was? Wieso haben wir jetzt... Hä? Hä? Die hab ich da gerade hingebaut, aber ich dachte... Jut. Jut. Wir haben eine Treppe gebaut. Das ist ziemlich geil. Das ist eine richtig nice Treppe. Äh. Okay, gut. Äh. Das... Das... Das Bausystem bei The Forest... Es ist noch nur Alpha, aber ich weiß... Das ist... Kann einen einfach aufregen, weil... Das kann einem nichts anderes als aufregen, weil... Das ist einfach zum Aufregen gedacht. Okay. So. Dann müssen wir nochmal hier was bauen. Natürlich. Ist das auch richtig? Ja, das müsste richtig sein. Äh. Dass man die Treppe noch nicht mal mehr drehen kann. Äh. Wenn man schon da... Also... Wenn ich jetzt... Ich versteh das nicht. Ich muss das hier erst richtig... Ich muss die Plattform erst richtig drehen, damit ich die Treppe richtig drehe. Äh. Das ist doch alles... Das ist doch mega unlogisch, oder nicht? Ich... Also... Finde ich persönlich. Kann ich das auch hier irgendwo raufknipsen? Hallo. Wie geht das? Das wäre ziemlich nett. Ehm... Da ging das irgendwie kurz. Weil ich krieg's die gleiche Migräne, ne? Diese Folge, ne? Ist so scheiße, ne? Das ist doch kacke hier. Also... Jetzt haben wir's geschafft. So. Ja, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ich geh nochmal nach oben. Alter, was ist das mit... Was ist denn jetzt mit dem los? Jetzt... Ja. Ich weiß auch nicht, was mit... Allein wie der läuft. Ah, da kommt die wille so ein Scheiß... Der läuft die ganze Zeit so. So ein Kack-Roberteil. Wir hatten noch 20 Tage, dann kommt der neue Patch raus. Ne, 20 Tage, das müssten jetzt noch 16 sein. Glaub ich. Joa, 16 kommt ungefähr hin. Bitte, bitte, bitte. Okay, wir haben's wieder geschafft. Das kann ich wegmachen. Das kann ich wegmachen. Das kann ich wegmachen. Ja. Weil da... Man hat gesehen, dass das diese Plattform waren, weil da immer vier Sticks waren noch, die man da machen musste. Das muss man sonst ja nicht. Das kann ich noch wegmachen. Was ist noch irgendwas, was ich wegmachen kann? Ne. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal diese beiden Treppen. Das ist doch auch schön. Und hier... Ja. Und... Ich weiß gar nicht. Haben wir schon einmal die Folge beendet? Glaube nicht, oder? Alter, ich bin so durcheinander. Vielleicht wird diese Folge jetzt nur 5 Minuten sein. Aber ich beende hier mit dieser Folge. Genauso wie die Aufnahmesession. Und dann... Ich hab, glaub ich, gesagt, wir werden das Baumes fertig bekommen. Vor zwei Folgen in der nächsten Folge, hab ich das, glaub ich, gesagt, dass wir in der nächsten Folge das Baumes fertig haben. Das kann man einfach nicht schaffen mit diesem Clip-System bei The Forest. Und ich kann gut verstehen, wenn die das... Ähm... Ich hab, glaub ich, ein bisschen langweilig ist. Aber... Dann scheint völlig unnötig, kann man nichts mitmachen. Wir können jetzt noch einen Garten anpflanzen und so, aber das fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Und mehr gibt's dann auch nicht so ein Haus vielleicht, aber auch ein bisschen unnötig, wenn wir hier so ein Haus haben. Wir könnten ein Haus im Haus bauen, das wäre auch cool. Einfach so ein fettes Haus reinsetzen. Ja, aber das dauert ja noch alles und da haben wir auch noch genug Zeit. Aber wir werden erst mal... Ah, ich muss nicht ausgestrichen. Wir werden erst mal das Baumes fertig bauen. Dieses Baumes hier. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächste Folge wieder dabei. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu langweilig. Und ja, wir essen noch ganz kurz was. Ja? Ja. So. Und ja, bis zur nächsten Folge The Forest und Tschüss!